Hi, ich bin die Christine Rönpager und ich bin die Vertriebsleitung für die Schokoladerie de Prix. Das heißt, alles was unsere Produkte für die Märkte betrifft, alles was den Online-Trop-Shop betrifft, alles was die Buchhaltung betrifft, das obliegt in meiner Verantwortung und natürlich auch die Entwicklung und die Ideenfindung für neue Produkte. Und genau das ist das, wo wir uns gerade befinden, nämlich in unserer Produktionsstätte hier in Rostock im Dorf Schmal. Das ist das alte Fährhaus, das damals auch errichtet wurde für die IGA Park. Hier sind wir heute, um euch einmal zu zeigen, was wir so machen und wie wir das alles so machen. Also zu Ostern ist es natürlich so, dass wir selbstverständlich Osterware machen, sprich Osterhasen in Hohlkörperform. Wir haben viele Flachformen. Wir beschreiben viele kleine Osterhasen, viele Tafeln mit frohen Ostergrüßen, machen da auch individuelle Geschichten. Das ist zum Beispiel bei uns im Café hier in Schmal möglich. Da laden wir sie recht herzlich jederzeit ein, uns zu besuchen, eine Schauröstung mitzuerleben, geleitet von unserem Röster. Sie haben die Möglichkeit, bei uns auch Seminare zu buchen, zu denen sie immer gerne eingeladen sind, auf die wir uns selber immer sehr freuen, weil wir auch da immer viele neue Menschen kennenlernen. Und da ist es dann eben dazu gekommen, dass wir mit dem Marktleiter vom Edeka Center ins Gespräch gekommen sind und der sich sehr für unsere Produkte interessiert hat, weil eben auch er natürlich viel Wert auf die Regionalität liegt. Und was gibt es nicht Besseres als eine Schokolade von direkt um die Ecke, nämlich auch Ostrostock selbst zu beziehen. Und so ist die ganze Zusammenarbeit eben vor gut drei Jahren, zwei, drei Jahren entstanden. Und mittlerweile ist der Edeka Center auch mit einer unserer stärksten Abnehmer. Zum Valentinstag haben wir im Edeka Center Warno Park auch immer ein Pop-Up-Laden, wo unsere Kollegen unter anderem vor Ort individuelle Täfelchen, Herzen aus Schokolade beschreiben. Das heißt, die Kunden können direkt vor Ort live miterleben, wie sowas entsteht und können eben auch direkt vor Ort live ihre Wünsche äußern, was sie gerne draufgeschrieben haben wollen. Was unsere Produkte halt besonders macht, ist, dass wir halt unsere Produkte selber von der hohen Bohne bis hin zur fertigen Schokolade herstellen. Unsere Produkte kriegt man sowohl in den Edeka-Märkten, an der Küste entlang, über den Dase hinweg bis nach Rügen, als auch in kleinen Regionalmärkten. Man kann unsere Produkte in Rostock direkt am Stadthafen erwerben. Wir haben auch im KTC, im Kribbeli Minators Center noch einen kleinen Laden und selbstständig auch noch in Güstrow und Stralsund zwei Läden eröffnen können, also jeweils ein, die dann auch regelmäßig von uns mit Ware versorgt werden und auch sehr beliebt bei den Gästen dort vor Ort sind. Und im Onlineshop selber dann auch nochmal, also wir betreiben auch noch einen Onlineshop, sodass dann auch viele Kunden, die zum Urlaub zum Beispiel bei uns waren, dann auch im Nachgang noch die Möglichkeit haben, über den Onlineshop auch deutschlandweit die Produkte zu beziehen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal.